Was geht ab Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Im heutigen Video sprechen wir mal wieder über das Projekt GamerCoin, denn da sind einige sehr, sehr spannende Updates herausgekommen, die sehr positiv sind für die weitere Entwicklung dieses Projekts. Und damit du das Ganze nicht verpasst, bleib auf jeden Fall dran. Bevor wir beginnen, das Ganze ist keine Finanzberatung und du solltest immer deine eigenen Recherchen machen. Ja Leute, über GamerCoin haben wir das erste Mal vor zwei Wochen gesprochen und auch im letzten Marktupdate habe ich euch bereits mitgeteilt, dass GAX mittlerweile meine zweitgrößte Position im Portfolio ist und einige von euch konnten dadurch auch schon sehr geile Profits mitmachen. Wenn wir uns mal angucken, wo wir aktuell überhaupt bei GamerCoin stehen, haben wir jetzt über die letzten 24 Stunden eine etwas kleinere Korrektur von 0,7%. Also das kann man eigentlich gar nicht so richtig ernst nehmen. Was wir aber über die letzten Wochen und insbesondere auch den letzten Monat gesehen haben, ist wirklich ein sehr, sehr starker Run. Wir bewegen uns jetzt aktuell bei einer Market Cap von 24 Millionen US-Dollar. Als ich das erste Mal hier von GamerCoin gesprochen habe, befanden wir uns hier bei einer Market Cap von 16,8 Millionen US-Dollar und einem Kurs von 0,0269. Und Patreons haben das Ganze schon wesentlich früher von mir erfahren und zwar hier am 6. Januar, wo wir eine Market Cap hatten von 10,2 Millionen US-Dollar und einem Kurs von 0,0165 US-Dollar. Und wenn du Bock hast, solche Buy Alerts natürlich vor allen anderen zu erhalten, unter diesem Video in der Videobeschreibung findest du einen Link zu Patreon. Da hättest du nämlich jetzt zum aktuellen Zeitpunkt schon über 127% Profit gemacht. Dennoch muss ich sagen, dass ich hier für die Zukunft noch wesentlich mehr Potenzial sehe bei diesem Projekt und ich der Meinung bin, dass wir hier zukünftig noch locker ein 50x sehen können. Denn es sind jetzt super spannende Updates herausgekommen. Einmal das hier, das habe ich auch im letzten Marktupdate einmal gezeigt. Wir können halt davon ausgehen, dass jetzt zukünftig noch ein weiteres Produkt seitens GHX herauskommen wird. Und zwar GamerHash AI. Also sie bewegen sich in drei verschiedenen Märkten. Einmal Gaming, AI und Deepin. Was auch ein sehr, sehr interessantes Narrativ ist, welches zukünftig, gerade auch im nächsten Bullrun, meiner Meinung nach sehr, sehr gut performen wird. Und so haben wir halt drei Narrativen, die dafür sorgen können, dass dieses Projekt sich weiterentwickelt. Und egal welchen Bereich wir uns davon anschauen, eine Market Cap von aktuell 24 Millionen US-Dollar ist wirklich sehr gering. Ich bin mittlerweile auch mit dem CEO in Kontakt. Er folgt mir sogar hier auf Twitter. Wir haben auch schon einige DMs ausgetauscht. Und ich habe ihn auch gefragt, was denn so seine Long-Term Vision dahinter ist. Und die Vision, die Patrick da wirklich für dieses Projekt hat, ist wirklich gewaltig. Und wir können uns auf sehr, sehr viel noch gefasst machen. Und alleine die Tatsache, dass er mir auch zurückgeschrieben hat und mit mir vor allem auch kommuniziert, zeigt mir, dass diesem Projekt auch wichtig ist, dass die Community glücklich ist. Und hier hat er das Ganze auch einmal geteilt. Und zwar letztens More Liquidity Happy Community. Also es kam ja jetzt das neue Staking- und Farming-Programm heraus. Gehe ich aber gleich nochmal gezielt darauf ein. Es kam ja jetzt vor kurzem das Staking- und Farming-Programm raus auf Ethereum. Werde ich aber gleich noch genauer erklären, was das ist und wie man davon zusätzlich profitieren kann. Was halt hier viel wichtiger war, ist dieser eine Satz. We are preparing another big announcement for this week. Stay tuned. Und jeder hat natürlich darauf hingefiebert, was denn das so für ein Announcement sein wird. Ich hatte ihn auch das per DM gefragt, er hat es mir aber da nicht gesagt. Und jetzt gerade eben kam dieses Announcement und zwar wird morgen GHX auf Maxi Global gelistet werden. Und zwar um genau zu sein, um 9 Uhr UTC, sprich 10 Uhr in Deutschland. Natürlich muss man an der Stelle mal eine Sache sagen. Maxi-Listings waren so in der Vergangenheit jetzt nicht unbedingt die besten Listings, die halt für extreme Pumps gesorgt haben. Gerade weil auch viele Projekte bei Maxi erstmal gedumpt sind. Und wir haben hier auch eine Kickstarter-Campaign seitens Maxi Global, wo man die Möglichkeit hat, an einem 50.000 US-Dollar Pool teilzunehmen und halt Airdrops dafür zu bekommen, wenn man halt dafür votet, dass GHX auf Maxi gelistet wird. Mittlerweile braucht man hier über 1.000 MX, was knapp 2.900 US-Dollar sind. Und die muss man schon für 30 Tage auf seinem Account gehalten haben. Damals liebte das noch ein bisschen anders bei Maxi. Da konnte man, glaube ich, schon ab 10 MX daran teilnehmen. Das hat sich jetzt geändert. Aber diejenigen, die halt diese 1.000 MX auf dem Account haben, ich habe sie persönlich auch nicht, können hier bei dieser Kickstarter-Campaign teilnehmen. Und ich denke, da kommen auf jeden Fall richtig geile Airdrops zustande. Was dann aber auch dazu führen kann, dass diese Airdrops erstmal abverkauft werden und wir einen kleinen Price-Drop sehen können. Wie zum Beispiel damals auch bei Shrapnel auf Bybit. Das war wirklich ein massiver Airdrop. Also da haben ja manche fünfstellig bekommen. Absolut crazy. Dennoch muss man natürlich sagen, dass ein neues Listing seitens GamerCoin sehr positiv ist für das Projekt. Wir haben aktuell nur Listings gehabt auf Qcoin und sonst dezentral. Auf PancakeSwap und Uniswap. Und Maxi Global ist so der nächste Step hinsichtlich zentraler Exchanges. Also ich würde mir natürlich sehr stark wünschen, dass wir zukünftig auch noch BingX sehen würden oder vor allem BitGet. Aber bin da auf jeden Fall guter Dinge, dass wir solche Listings zukünftig auch sehen können. Also ich bin super, super bullish, was dieses Projekt angeht. Aber wie immer, no financial advice, do your own research. Ihr wisst Bescheid. Aber ich habe es vorhin auch gesagt, GHX ist die zweitgrößte Position derzeit in meinem Portfolio. Die größte Position in meinem Portfolio ist Trias. Aber wird gerade sehr stark aufgeholt durch GHX. Und ich kann mir hier wirklich sehr viel noch zukünftig vorstellen. Ein super wichtiges Announcement bezüglich dieses Projekts war dieses hier. Und zwar, dass das Staking und das Liquidity Mining für GHX auf der Ethereum Blockchain live gegangen ist. Das Ganze ist am 5. Februar, sprich vorgestern gestartet. Und hier gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, noch zusätzlich auf seine GHX weitere GHX zu bekommen, durch das Staking oder durch das Liquidity Mining. Allein beim Liquidity Mining waren es Anfang über 40.000 oder 50.000 Prozent, die man da hätte generieren können. Natürlich, je mehr Leute dazugekommen sind und je größer der Pool wurde, hat sich das Ganze auch angepasst. Und mittlerweile ist das halt auf einem komplett normalen Level. Und insgesamt gab es hier vier unterschiedliche Lockperioden. Es gibt einmal den No-Lock mit 5% APR, den 3-Monats-Lock mit 10%, 6 Monate mit 18% und 12 Monate mit 25%. Beziehungsweise sind sie jetzt hier auch noch etwas anders. Man sieht halt hier bei dem No-Lock hat man aktuell 12%, sogar ein bisschen mehr als beim 3-Monats-Lock. Und beim 12-monatigen Lock hat man aktuell noch 29%. Wenn sich so ein Pool allerdings füllt, dann passt sich das auch an. Also dann werden wir auch beim 12-Monats-Lock auch hier die 25% haben und bei dem No-Lock die 5%. Und hier beim Liquidity Mining, wie ich gerade auch schon gesagt habe, hat sich das Ganze angepasst. Wir haben hier 163% APR, die man hier mitnehmen kann. Lohnt sich natürlich. Wer wirklich die Entscheidung trifft, hier Liquidity Mining zu betreiben, kann hier einiges mitnehmen. Was man aber allerdings hier beachten sollte, ist immer der Impermanent Loss, dass man halt am Ende, wenn man das Liquidity Paar wieder rausnimmt, weniger eines Tokens dann auch bekommt. Das muss man dabei immer beachten. Aber ich habe es vorhin auch schon gesagt, ich sehe halt eine ganz, ganz krasse Zukunft für dieses Projekt. Weshalb ich persönlich auch all diese Pools nutze auf Ethereum. Also ich habe einiges im Liquidity Mining, ich habe was im No-Lock Staking, im 3-Monats-Staking, im 6-Monats-Staking und ein Teil im 12-Monats-Staking, weil ich halt hier diese ganzen APRs dann auch mitnehmen möchte. Denn auf BNB, also auf der Binance Smart Chain, habe ich das Ganze leider erst mitnehmen können mit dem normalen Staking. Also mit den 6% und dort habe ich auch einiges im Liquidity Mining drin, sogar ein bisschen mehr im Liquidity Mining als im Staking selbst. Und hier waren halt diese Pools bereits voll. Wer halt noch auf Ethereum da mitmachen möchte, hat jetzt noch die Möglichkeit hier, das Staking ist sowieso die ganze Zeit auf, aber hier das 12-monatige Lock Staking noch mitzunehmen und da nochmal zusätzlich Prozente auf seine GAX zu bekommen. Aber auch hier No Financial Advice, do your own research. Dennoch ist das ein sehr, sehr krasses Update, was hier seitens GamerCoin, beziehungsweise muss man ja eigentlich sagen, GamerHash gekommen ist. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, wo ich denn persönlich dieses Potenzial von GamerCoin sehe, vergleiche ich das Ganze halt sehr gerne mit Render. Das Ganze habe ich auch im letzten Marktupdate gemacht und auch in dem Standalone-Video zu GAX. Wenn wir die Market Cap erreichen würden, die Render jetzt derzeit hat, von 1,6 Milliarden US-Dollar, würden wir einen Kurs bei GamerCoin sehen von 2,62 Dollar. Also ich persönlich sehe bei GHX einen Kurs von 2 Dollar absolut realistisch an. Wenn wir uns das nämlich mal angucken, wäre das ein 50X. Und das bei einer Market Cap von 1,2 Milliarden US-Dollar. Bei einem Projekt, welches drei Narrativen bespielt. Gaming, AI und Deepin. Eine Milliarde Market Cap ist da wirklich sehr, sehr gering. Und wenn wir uns mal angucken, allein ein 20X wäre schon bei einer Market Cap von 486 Millionen US-Dollar erreicht und ein 10X wäre hier bei knapp 243 Millionen US-Dollar erreicht. Also wirklich gar nichts. 243 Millionen US-Dollar, das machen manche Shitcoin-Games in einem Bullrun mit Leichtigkeit. Und hier haben wir wirklich ein Projekt, welches eine reale Anwendung hat. Es nutzen auch sehr, sehr viele Menschen da draußen, um halt über GamerHash Spiele zu kaufen oder sonstige Erweiterungen. Also das Projekt hat wirklich massives Potenzial. Aber ich finde halt, den Vergleich mit Render zu ziehen, der kommt dem Ganzen schon sehr, sehr nah. Und deswegen kann man da schon sehen, gut, was passiert denn in Zukunft bei diesem Projekt, wenn halt diese Market Cap erreicht werden würde von Render. Und wer weiß, vielleicht erreicht GamerCoin ja sogar eine Market Cap von 5 Milliarden US-Dollar. Wenn wir da mal einfach sagen, 5 Milliarden würden jetzt hier erreicht werden. So, 5 Milliarden, dann würden wir hier ein 200X machen und da hätten wir einen Kurs von 8 Dollar pro GamerCoin. Ich würde natürlich niemals so hoch pokern, bei egal welchem Projekt. So cool Projekte auch sind, Profits sind Profits und du wirst niemals arm, wenn du Profite nimmst. Und das ist einfach sehr, sehr wichtig. GamerCoin ist aber für mich ein typisches Projekt, wo ich persönlich meine 10X-Strategie verfolge, die ich auch in meiner Exit-Strategie erklärt habe. Am Beispiel VRA. Falls du das Video zur Exit-Strategie noch nicht gesehen hast, guck es dir an. Ich verlinke es oben in der Infobox. Super, super wichtiger Inhalt, um halt im nächsten Bullrun massive Profite mitnehmen zu können. Ja, und ein 10X, hierbei insgesamt 40 Cent, beziehungsweise ich war ja schon wesentlich früher in diesem Projekt drin. Da würde ich schon mal mein Initialinvestment rausnehmen und den Rest mal laufen lassen. Weil wie gesagt, ich sehe halt bei GamerCoin sehr, sehr viel Potenzial in Zukunft. Und wenn du natürlich solche Projekte vor allen anderen bekommen möchtest, bevor ich sie auf YouTube hochlade und bevor ich überhaupt öffentlich davon spreche, dann werde gerne Patreon. Denn auf Patreon teile ich meine Buy- und Sell-Alerts, wie du gerade auch den zu GamerCoin gesehen hast. Ich teile dort transparent, wann ich Projekte kaufe, wann ich sie verkaufe. Und im Diamond hier bekommst du auch zusätzlich meine Exit-Strategien mit den exakten Price-Targets, die ich bei den jeweiligen Projekten habe. Und du bekommst noch exklusive Inhalte von mir, weitere Crypto-Guides, weitere Excel-Sheets, die du nutzen kannst, um dein Investment-Game aufs nächste Level zu bringen. Und jede Woche Donnerstag, 19 Uhr, mache ich auch ein Q&A-Livestream für alle Diamond-Patreons. Also check es gerne ab. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung. Schreib mir mal in die Kommentare, ob ihr auch in GamerCoin investiert seid und was eure persönlichen Price-Targets bei diesem Projekt sind. Bin auf jeden Fall gespannt, was ihr dazu sagt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben, um den Algorithmus zu pushen. Wenn du neu auf diesem Kanal bist, dann lass gerne ein Abo da, um in Zukunft keines meiner Videos zu verpassen. Und wenn du jetzt Bock bekommen hast, dir einige weitere Videos von mir anzuschauen, schau dir gerne einmal hier das letzte Video an, was ich hochgeladen habe und einmal hier das Video zu Nakamoto Games, ebenfalls eines meiner absoluten Favorites im Bereich Gaming. Das war es auf jeden Fall für dieses Video. Wir sehen uns morgen im nächsten. Peace. Ciao, ciao.